moin die die gefahr nimmt langsam fahrt auf sagen wir mal so die gefahr dass uns die schranzen in berlin den hahn oder den hals immer enger zu schnüren immer enger zu schnüren ich verlinke mal wenn ich schaffe ein video in der video beschreibung und dann macht euch da man selber ein bild von ich hoffe ich das klappt bin ja hier nur hobby youtuber ich sage nur eins die flüssigkeit die da momentan weltweit für den größten profit der pharmaindustrie sorgt kommt mir nicht hier hin ja wer hier hinkommt und mich mit der sache beglücken will der hat seinen spaß denn das lasse ich nicht mit mir machen nein niemals und unter keinen umständen so da könnt ihr jetzt alle darüber denken was ihr wollt das ist einfach so und deswegen sage ich auch gar nicht mehr so tschüssi bis morgen morgen vielleicht noch ein bisschen motorrad fahren